Ich habe ja keine Kohle. Ich möchte so ein bisschen pumpen. Jetzt ist er wieder ein bisschen da. Sarah, was ist mit dir? Guck mal, die fummelt ja an den Eier. Guck mal, nur noch eine leuchtende Seite. Ja, der leuchtet auch nur noch ein Ei. So, hallo und herzlich willkommen. Tag 2, DJI Action 3. In the MOC. Mit dabei natürlich. Unser Ralle. Der gehört zum Inventar. Wer bist du? Nikolaus. Wo ist denn Nikolaus Mütze? Warum? Wer ist da? Wer ist da? Die Maskierte. Esspunkt. Ja, was haben wir denn vor heute? Wir sauen unsere eingesauten Beiche noch ein bisschen mehr ein. Oh, guckt euch das an. Junge, Junge, Junge. Hörbe Test, bitte. Assistant. Okay. So, gestern gab es ja die Umfrage, DJI Action 3, beziehungsweise 3, GoPro oder DJI, Brustgurt oder Helm. Ich rufe gleich mal ein bisschen vorne. Ich will das mal hören, weil ich finde die richtig geil, die Kamera. Ist vielleicht auch meine nächste Option. Aber ich habe gehört, wenn du weiter weg bist, dass der Sound auch wieder nicht mehr so gut hört. Ich rufe gleich mal ein bisschen. Mal gucken und dann nachher drauf. Mach da, mach da, mach da. So, Brustgurt war gewünscht. Also machen wir heute ein paar Perspektiven am Brustgurt, auch am Helm. Vielleicht mal gucken wir mal. Ja, ansonsten eine gemütliche Tour heute. Nichts riskieren, weil Verhältnisse übelst, übelste Verhältnisse. Egal. Wir fahren trotzdem. Wird noch ein bisschen Regen jetzt eigentlich, oder? Ja. Egal, wäre Frost jetzt. Frost wäre geil. Ja, wäre auch gut, wäre auch gut. So. Genug gelabert. Wir sehen uns auf den Trails. Bis gleich. Ich habe dran aufgenommen, alle. Ich komme ja gleich an. Ganz ruhig noch was an. Wie gesagt, keine Ahnung. Ja, oder irgendwas. Naja. Ja, wieder rumfahren, ne? Wir fahren den Weg noch drüber weg, wo wir gerade rechts hoch sind. Ja, wir fahren locker erstmal, ganz locker zum Reinfahren jetzt. Weil wir haben hier ein paar Abzweiger, wir pimmeln jetzt erstmal rein, ne? Genau. So, kommen alle. Sommer. Ihr müsst aber in die Richtung. Ja, genau. Aber hier ist ja die Warte. Wenn ihr merkt, dass es doch zu wird, dann schreit ihr einfach. Ansonsten schreit ich auch nicht. Das geht, das geht. Das geht. Gibt's denn Gas? Alle bereit? Was? Gibt's denn Gas? Ich weiß noch nicht. Mal gucken. Ich versuch mein Glück. Hallo. Ja? Komm. Einmal durchfahren. Ja. Dave. Der fnt hier rein auf den Trail, Alter. What is this? Let's go! hallo jetzt richtig fahren gleich bitte gleich richtig fahren innen bleiben ja hier brennt der auch immer wieder brennt ja ich habe alles nachgezogen schon das hast du gestern im video der motor kann nicht klappern der riemen getriebene nein der klappert nicht also wenn dann höchstens weil er nicht fest ist das ja jetzt habt ihr alle nicht gesehen wie lame der ralle war nicht aufgenommen der ralle hat nicht gefilmt weil ich so weit weg war vorne ja ja so sieht es aus heute der ralle der frühstück alle highlight trails am morgen schon ab weißt du die muss man eigentlich fahren wenn man warm ist weißt du ja der ralle will immer alles doppelt fahren er hat keine kinder zu hause also der ralle ist der guide heute ralle ist der guide ralle ist der guide ich hoffe ralle ich bin ja nicht so langsam heute nein es tut mir echt leid ich bin stets bemüht in der bewerbung du fährst gleich mal vor ne ja natürlich wollt ihr eure schnittchen dabei essen ja genau nein wir wollen dem schnittchen zugucken ey doch langweiligt ihr euch wirklich oder die stutzgefahr ist höher die truppung weg oder was ja nur komplett am lenker da kannst du hier nochmal reinbrücken früher laufen da ist immer oft die Membrane oben weggeflogen ja aber wäre ja auch was neues wenn wir hier eine tue mit dem ralle machen würden wir nicht wieder irgendwas kaputt gehen naja richtig ich bin ja nicht wieder schuld ja ist ja alle tue wo wir beide gemeinsam machen ist irgendwas in Atem aber vor drei warte wann war das vor vier wochen? drei wochen? das war ich nicht einmal irgendwie ready? jo ach ralle komm gib gas guck doch den an der ist wichtig der hast du besser gemacht als ich gerade? ja alles sah gut aus ja alles sah gut aus also wundern jetzt nicht bisschen Pippi hoffentlich wird das bisschen nach Schokoladen saugen dann Kakao Schokoladen saugen wir hören gar nichts wie doch? was der Kaka? nein hat sie es doch angehört gerade nein gerade Pippi ja das ist gut aber wir hören nichts doch hörst du? ja doch ich geh aber noch ran ran dann hörst du auch was mtb P miss P hä? miss P dann mach ganz in Ruhe dann packen wir alles schön wieder ein ich hätte gleich irgendwie anfängst zu frieren so aber so schnell hätte ich mich irgendwie einpacken können beim Winkeln der krieg ich ja noch nicht mal hin der würde ich meinen Hintern nicht frei machen der geht noch schneller oder nicht oder nicht jetzt fehlt die Gravitation da hast du jetzt richtig eingestellt oder? ich glaub doch schon ich muss jedes mal drauf gucken also jetzt fahren wir den ersten rechts lassen wir weg und nachher kam irgendwo das sieht man gar nicht so deutlich so ein bisschen geht der da nur rein aber dann warten wir vielleicht so jetzt fahr ich aber mal vor alter jetzt wo es funktioniert weißt du vor wie ich die ganze Zeit mit der Lame anstelle wo bin ich vorne komm einmal nach komm gib Gas unser Flow weg komm gib Gas unser Flow weg was ist denn los hier hier weil ich setz mich mal ne das soll nicht gut aussehen das soll funktionieren was du da machst ja warte jetzt eben jetzt muss er warten los los fahr fahr wir fahren alles na Junge hier sind so viele Lines das ist ja nicht dieser Wahnsinn das ist schon wieder was komplett neu ist da kommen wir ja herunter und dann fahren wir da runter und dann fahren wir jetzt hier ne ja ich habe keine Ahnung ne da war doch boah ich kenne hier gar nichts wieder ich ralle jetzt bleiben wir einmal hinten Kollege ja wie ist so wo bleibsse ich habe den nicht mehr gesehen ich schwöre auf den ich schwöre auf den hier dann ist nicht mehr lecker hier das ist nicht mehr lecker hier Das ist die Gruppe etwas laut. Ne, die ist eigentlich laut. Eigentlich schon. Ja, weiß ich auch nicht, oder? Vielleicht ist das ja ok. Wenn du oben an die Hände musst, ist das praktisch. Wollen wir vorfahren? Ja. So, jetzt gibt es mal eine Helmperspektive. Jetzt nehmen wir mal am Helm auf. Vor uns Lähn-Boy-Ralle. Jetzt gucken wir mal, ob die Einstellungen sind. Ja, jetzt passt es. Hallo. Hast du ein bisschen schneller? Ja, jetzt kommt es weiter. Wooh. 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 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 4 2, 3 2, 4 4 4 5 Wenn ich die beiden weg bin, krieg ich nicht auf die Kette. Hast du Christian Lehmball überholt? Nee, der hat mich vorgelassen. Ich hab gesagt, ich war's, dann sagte er zu mir, aber nicht. Dann hast du ihn überholt. Der, ähm... Ich weiß nicht, ob ich noch ein Fahrrad was hatte. Nein, nein. Ich hatte Abstand und dann hat er aber behalten. Aber das war jetzt der einzige hier. Ja. Jetzt müssen wir zu einem anderen drüber. Da ist er! Hä? Hand an die Fahrt! War da was? Hä? War da auch noch einer? Ja, der kommt hier oben an der Pferdewiese raus. War der gut? Ja, war nicht schlecht. Ja komm, dann noch mal ein Stück hoch. Dann musst du uns den noch einmal zeigen. Was hast du denn gehabt, wieder mit deinem Fahrrad? Rumpfungs oder was? Nee, mir war von unten ein dicker Stein dagegen geknallt. Dabei hab ich gesehen, dass ich hier noch meine Akku-Werkzeug hängen hatte, was normalerweise woanders hingehört ist. Ja, okay. Ja komm, fangen wir nochmal raus, dann fangen wir den nochmal, was du da gesehen hast. Hab ich nicht gesehen. So, jetzt gibt's nochmal eine Helmperspektive für die Helmpfetischisten. Die Helmpfetischisten. Kannst du ein bisschen schneller machen? Ich versuch's mal. Bei dem Wetter nicht, ey. Bei dem Wetter bin ich lange. Ich bin da echt ein Acker. Ich kann ja nix. Hab nur Angst, bin rutschig. Das macht dich grad sympathisch. Da kommt heute der Marcelo in dir raus, ne? Bei dem Wetter. Komm. 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 teams poseen. Der Spot. Immerwaren nicht. Komm. Soweit hier. Lass uns das. Öffn. Das ist sogar noch besser. Genau, wenn wir jetzt hier hochfahren, müssen wir da unten kommen, hier hochfahren und den weiter hochnehmen, das steil hier. Was ist los? Hat ja auch so eine schöne Mackeaufnahme für die ganzen Pickel und Falten. Ja, ja, die macht's so geglättet an Haut. Geht's euch gut? Ja, auf alle Fälle. Können uns nicht beklagen. Zweiter Akku, um die Trail zu finden, ist hilfreich. Schönen Abend, macht Spaß, ne? Ja. So, ab an die Brust mit euch. Ab an die Brust mit euch. Oh, ich liebe das, ey. Das ist so geil. Ja, das kann sein. Der Halter kann aber auch bei einer GoPro abbrechen. Ja. Dass er eine Ausrede, dass er langsam fahren darf. Wala, ich sitz noch. Komm, zieh mal an ein bisschen. Hauptsache vorfahren, weißt du? Alle, der ganze Trail ist gleich im Arsch. Ja. Das hat sich aber nicht gelohnt, du. Also nehmen wir den gleich schön nochmal mit hin. Also den anderen. Junge, wie der Fahrtrainer, wie stylisch der da runterfährt. Was ist das? Der Fahrtrainer, wie stylisch der da runterfährt. Okay, wieder auf. Der hat sich nicht gelohnt. Der hat mal nicht gelohnt. Nicht gelohnt. Scheißgeil. Ich hab's euch gesagt. Ich hab's euch gesagt. Ich hab's euch gesagt. Genau, richtig. So, was mich auf jeden Fall mal interessieren würde, ist, wie findet ihr jetzt die Kamera? Ich mein, die Lichtverhältnisse sind heute nicht die besten, aber ist halt Winter. Und Witz zu machen, weil da muss die Kamera ja schon mit klarkommen, ne? Ja. Ich hab jetzt auf Wunsch unserer, wie sagt man, ähm, nicht Follower, das wissen wir ja nicht, unsere Zuschauer, genau. Haben wir ja jetzt, äh, mal hauptsächlich die, äh, Bus-Kamera genutzt. Wie gefällt es euch? Oder vielleicht doch die Helm-Kamera? Ja. Schreibt mal in die Kommentare. Lasst uns wissen, was euch besser gefällt. Und dann machen wir so weiter. Ne, Ralle? Richtiger Lappen. Richtiger Lappen, Ralle. Richtiger Lappen. Hallo! Das ist alle, ihr boi! Hallo! ... Deine sind ganz schön krass Wurde ich wohl nur rechts zu gehen Was war das denn für ein Scheiß? Ja? Na klar? Jetzt wird's tricky, ne? Hier rein, ne? So, mal gucken, ob er hier durchkommt Nice Rallye, schön, hast aber gut gemacht, sah gut aus Schön trocken, kannst du durch Das war dem Wetter, nicht schlecht Das war dem Wetter, nicht schlecht So, eigentlich ist ja blöderweise weniger schlimm als das Teilstück davor Ja? Gleich mit den Steinen, dann hat der Typ uns da entgegen kam Ne, das finde ich jetzt schlimmer, ja Weil, ich wusste ja, ne, wenn's trocken ist Vielleicht liegt das daran, dass du kein Essigabend hast Wenn's trocken ist, finde ich das schlimm Aber da ich nicht wusste, wie glatt die Dinger sind Du stehst hier wieder genau in der Perspektive Ja, dann wirst du gleich sehen, ob das so ist Ich werde da schön in Zähne sitzen Ja? Irgendwo ist bei dir offen an deinem linken Bein Ach ja, die Stratzchen, ne? Da fällt dahin, da fällt dahin Wir sind schon durch So, wir fahren jetzt den ganz rechten Also rechts, 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 ne? Ja Dann fahren wir einmal durch jetzt, ne? Wir fahren jetzt durch Das heißt, wir kommen wieder unten da Wir warten dann Egal wo ihr fahrt, der kommt immer unten an Also deswegen kann man sich eigentlich nicht verfahren Also wir wollen jetzt noch ganz rechts Und gleich beim zweiten Mal Machen wir den ganz linken Für die Frau doch nicht Aber links Mach mal linke Händchen Ja, aber Ich hab vorne gerade erst recht Aber jetzt weißt du, wo wir meinen, ne? Erst durch die Hubbel Und wenn du unten drin bist, dann links Jetzt weiß ich Aber wie gesagt, egal Kommen wir hier unten So, los geht's So, los geht's Jetzt bist du auf einmal da, oder was? Da hat mich rumgeläbt, wie so ein Irrer oh hey, da sind sie was? also ich glaub das, mittlerweile wüsstest du, dass wir die gerne durchfahren, ne? ja, easy! ah das ist richtig flöre hier ach, entspannt hier ja, vorne ist jetzt der Stand über dich, ne? ja, vorne ist das ja, vorne ist das ja, vorne ist das ja, du brauchst einen, der vorfährt weil da bist du so runtergelähmt gerade naja, vorne ja, guck mal guck mal, du wachst mal einen Stück, warte mal Guck mal, ich bin mit der Fresse am Glühen. Ist das so rot? Gibt das rot aus? Nein, ist so rot. Boah, war kalt, ne? So, Dara Titi auch rum. Hey! Wir haben es geschafft für heute, sturzfrei alle. Hat Spaß gemacht. Die Kamera haben wir ein bisschen durchgetestet. Waffeln gefressen haben wir. Ja, das war extrem matschig. Ja, Chris, danke nochmal für die Waffel. Ja, Chris, danke für die Waffel. Danke. Ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Noch besser wäre ein Abo, wenn wir uns sehr, sehr, sehr darüber freuen. Auf keinen Fall. Und falls ihr noch einen anderen geilen Mountainbiker folgen wollt, Ralle24. Ja, der muss aber wieder Filme schneiden, glaube ich. Ja, der ist richtiger Lameboy, nicht nur aktuell. So, haut rein. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao, ciao.